Hallo Leute, und ich werde dir jetzt beibringen, wie du Hilfe sagen kannst, ohne dass du reden musst. Das musst du so machen, deinen Daumen zusammendrücken, damit die Finger auch runter und deine Hand heben. Das bedeutet immer, dass man Hilfe haben will. Oh, was ist das? Ah ja, und nicht vergessen, ihr sollt immer, wenn ihr Hilfe braucht, so machen. Ja, versteht ihr? Schau mal hier. Nein, nein, nein. Ja Leute, bitte vergiss das nicht. Oh, ich dachte, der Wärme. Ah! Ich gehe in die Ecke, da wo du herkommst. So Leute, habt ihr gut gelegen, oder? Alles klar, ich will. Hier nochmal. So immer so. So, so. Ja, ich gehe in die Ecke. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 Look, 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 Look. Wenn du, xD Bis zum nächsten Mal.